Liebe Schwestern und Brüder, wir haben die erste Ruhe an dem Forum mit dem Ruf, wo Weisheit, wie wir gesehen haben, in der Wirkungsgeschichte eine relative Offenheit hat. In der Wissentumsgeschichte ist dieser Ruf manchmal missverstanden worden. So lässt der zweite Ruf an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Wir rufen den Erlöser herbei unter dem Namen Gottes. O Abonai, diese Umschreibung des Gottesnamens, den Gottesnamen selber, den gläubigen Juden nicht aussprechen. Woher dieser Name kommt, wir haben es gerade gewöhnt. Und unsere Antiphon sagt uns heute, du der Retter bist derjenige, der Mose am Dortmund erschien. Du hast Mose am Sinai, das Ersetzen gegeben. Du bist Gott. Neben diesem klaren Bekenntnis der zweiten Antiphon, die wir auf Weihnachten zu singen, ist es interessant zu entdecken, wer wir denn sind. Denn auch wir kommen vor in dieser Antiphon, in jeder Antiphon. Immer singen wir, komm, wen, dieser drängende Ruf dieser Zeit, der drängende Ruf der Christen überhaupt, insgesamt. Komm, die wir gefangen sind. Wir sind erlösungsbedürftig. Schon im Judentum war es üblich, sich wie eine geistliche Übung immer wieder in die Situation Ägyptens hinein zu versetzen. Und dieses Ägypten kann ganz unterschiedliche Namen haben. Ichbezogenheit, Konsum, wir auch immer. Immer wieder müssen wir aus diesem Ägypten herausgeführt werden. Müssen von dort erlöst werden. Müssen in das Land geführt werden, das ins Verheißen ist. Die Kirchenväter haben keine Schwierigkeit zu sagen, dieses verheißene Land ist die Kirche. Auch dort, auch manchmal in der Kirche, gibt es ägyptische Enklaven, die uns gefangen haben. Umso drängender ist es, dass wir heute im zweiten Lied der Sehnsucht nach dem Retter rufen, der uns erlösen kann. Und mit starker Hand, der uns herausführt aus unserem Weg. Ich bin herabgestiegen, euch zu befreien. So hören wir die Stimme Gottes. So hören wir heute, auf dem Weg nach Weihnachten, die Stimme Christen, die jedem und jeder von uns geht. Ich komme, um dich zu erlösen. Ich bin herabgestiegen, euch 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 zu erlösen. Untertitelung des ZDF, 2020